Hey! Ooooooooooooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Boom! Hier komm's da Boom! Hier komm's da Boom! Hier komm's da Mad Dog! Weiblich, weiblich! Leute, guckt euch das an! Dieses hässliche Ding ist verbrannt! Das ist so episch geil! OMG! Das ist echt so hamargeil! Wir haben gleich den sechsten Orden! Verdammte Scheiße! Mann, wir sind beide lila! Unglaublich! ach du kacke kommen wir kommen und da macht nicht mal super trank aha das marschiert geil korga wurde besiegt und wir halten den seelenorden und tm6 toxin ja okay du hast recht man jede zelle meines körpers ist glücklich jede körperzelle fühlt sich wohl jede zelle an jeder stelle jede zelle ist voll gut drauf einfach grandios wir haben jetzt sechs orten leck mich am arsch das kann man ja auf meiner liste gucken okay wir haben den wir haben torgetik wir haben granbul wir haben quapuzzi während wir haben ach genau stimmt ja und wir haben dinks den anderen typ kär heinzelman ja okay sadomaso muss raus und dinks mio kommt dann später als letztes teammitglied okay ich muss gerade mal gucken hier na papa karte wo sind wir hier okay ähm wir können das alles klar alabastia haben wir eigentlich surfer ich habe keine ahnung ich habe lange nicht mehr hier ja wir haben surfer stimmt ja der kann surfer aber wir haben fliegen nicht gell ja fuck weil auf route 21 wie ich ja gesagt habe können wir unser nächstes teammitglied fangen und route 21 ist hier unter alabastia aber da können wir erst wenn wir surfer haben aber da müssen wir jetzt hin warum habe ich fliegen nicht alles klar ich habe gerade nachgeguckt vor vergessen ich weiß jetzt wo ich den kack herbekommen aber haben wir geheilt haben wir geheilt und so wisst was ich meine okay ähm wir können auch unser fotofix irgendwie entwickeln ja genau so machen wir es okay wir fahren den scheiß weg da oben pardon was willst du fahrrad brauchen wir leck mich leute ich muss euch was gestehen ich habe keine ahnung wo ich das fahrrad her bekomme ich habe gerade hardcore den blackout und weiß gerade gar nichts naja klar das ist ja ne 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 ahn elhammedle okay kämpfe mal gegen dich auf fotofixi oh ich hätte fast surfer gemacht geil was ein geiles arschloch ich glaube fotofixi weiß dass es sich bald entwickeln darf und deswegen will es nochmal jetzt richtig so bar machen wenn du noch eine elektrotakung machst dann liebe ich dich Sind... Uh, jetzt kriegt er K.P. auf. Yeah. Wenigstens verlässt er den Kampf auf eine gute Art und Weise und sprengt sich nicht in die Luft oder wird gekillt oder sowas. Okay. Confusion. Silberblick. Warum senkt Silberblick eigentlich die Verteidigung und versilbert eigentlich? Geil. Pascal wurde besiegt. Okay. Willkommen in Fuchsania City, Leute. Wir können jetzt den 6. Orden holen. Oh, ich hab sauer Hunger irgendwie. Ich könnte jetzt Spaghetti mit Käsesauce machen. Aber ich tue es noch nicht. Weil ich noch nicht will. Okay, Leute. Ich hab grad hardcore den Blackout. Aber ja, okay. Wir wandern einfach mal ein bisschen in dem Part hier rum. Gucken. Vielleicht finde ich ja was. Hier hab ich ja alles schon ausgelöscht. Gell? Sau geil, wenn man hier lang darf. Alles ist einfach erledigt. Einfach alles kaputt gemacht. Dieses hessische Labyrinth hab ich ja gekillt, gell? Ja, okay. Komm, lass mal. Ey, das ist geil. Hier ist einfach alles tot. Geil. Chilliges Leben. Komm doch her. Meine Zelle ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt... Ey, cool. Item können wir holen. Fühlt sich wohl. Wertewechsel gefunden. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Lavandier. Okay, laufen wir mal hier lang. Hier haben wir auch alles gekillt, gell? Alles ausgelöscht hier. Leute, ich glaub, dieser Part hat jetzt einen epischen Moment gleich. Sackgasse. Ballsway. Okay. Ihr wisst, was jetzt kommt. Nein. Doch, hat er hier? Nein, du hast nichts. Geh weg. Komm her. Nee, der will mir Konter beibringen oder so einen Kack. Aber hier. Aber hier. Geil. Wasserstein für den Sieg. Cool, cool, cool. Leute. Wir tun es jetzt. Mit Fotofixie werden wir es jetzt tun. Ob es ihm gefällt oder nicht. Wir tun es jetzt. Und dafür stellen wir uns ganz episch mal hier in die Mitte. Werte. Okay, wartet. Ich würde sagen, Bericht. Okay, merkt euch die Werte? Guckt sie euch an oder schreibt sie auf? Ach, warum warte ich? Kann ihr auf Pause drücken, um aufzuschreiben? Alles klar. Werte schön hier. Wo ist er, gell? Mal gucken, wie die sich jetzt verändern. Bah. BAH. Glückwunsch, dein Fotofixie wurde zu Quapo. Geil. Mal gucken hier. Wow, ich weiß nicht, ob sich was verändert hat. Ich habe jetzt eigentlich immer die Zahlen nicht gemerkt. Aber es hat immer noch, wie wir hier sehen können, ziemlich geil H2O-Absorber. Und mal gucken, wie ich dann gleich reinhaut. Ich denke mal, es ist jetzt stärker. Ist eh ein weibliches Fotofixie, von daher ist es egal. Ah, genau. Stimmt, genau. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Testen wir gleich mal die Fähigkeiten. Wer sind hier die Schwächsten? Oha, Fotofixie nicht. Aber viel Zeit, oder was ist los? Komm her, unsere Liebe kennt keine Grenzen. Wir lieben uns und zeigen das. Bitte zeigt nicht, wie ihr euch liebt. Bitte nicht. Lena und Uwe. Zusammengeschrieben. Lena Uwe. Okay, mal gucken, wie wir jetzt hier reinhauen. Fotofixie Metronom. Felswurf. Guckt euch dieses kranke Arschloch an. Geil. Und jetzt kommt... Oh, macht mir nichts. Stampfer. G-Hard. Alter, der hält jetzt Hardcore was aus. Fotofixie. Was ist los? Metal-Sound. Metallgeräusch. Okay. Fotofixie Metronom. Was machst du, was machst du? Lebschuss. Oh, murder. Ey, geil. Fotofix hat viel mehr rein als vorher. Was ist los, hat er? Unerrechter mit Achtendrech. Was ist los, hat er? Geil. Okay, Feuerwirbel. Cool. Ach du Scheiße, nein. Ey, das ist doch bitter. Oh, Mann. Todesblock. Bitte kill wenigstens noch Galopper dabei. Dankeschön. Alter. Das wievielte Mal ist es jetzt, dass Todesblock sich in die Luft sprengt? Der sprengt sich immer selber in die Luft. Ach, das ist ein geiler Team. Das war aber jetzt wirklich cool. Geil. Okay. Okay, wir sind auf der Route 16. Und wir bekommen auf Heim 2 Fliegen. Geiler Typ. Okay. Gar nicht mal so schlecht vor, äh, Todesblock. Okay, der kann Fliegen erlernen. Können wir auch gleich beibringen. Ja, ist egal. Wunschtraum weg. Maschine bereit. Yo, er lernte fliegen. Okay. Dann würde ich gleich mal sagen, wir machen uns auf den Weg. Alter, das war doch gerade eben epic, oder? Also ich fand's geil. Jetzt mal ohne Spaß. Geil, ey. Okay, unsere Mutter hat die besondere Fähigkeit, unsere Pokémon zu heilen. Alles geil, das war gerade richtig cool. Zwei Epic Moments in einem Video. Fotofixi weiterentwickelt und Todesblock zeigt einmal wieder, wie er sich in die Luft sprengen kann. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir können auch hier unser nächstes Teammitglied fangen auf der Route 21. Und, ja, auf geht's. Mal gucken, ob's kommt. Warte, haben wir überhaupt Bälle einstecken hier, ne? Ja, okay, Pokébälle. Geht locker. So, ich musste gerade noch was einstellen. Okay, jetzt ist richtig. Alles klar. Auf geht's, würde ich mal sagen. Hier nicht. Unser Teammitglied. Traumato. Wer hätte das gedacht? Ein Traumato. Weiblich Level 39. Alles gut soweit. Mal gucken, wie weit wir es schwächen können, damit wir es fangen können. Okay. Da, ich hab eingestellt, dass das Vieh auf Level 40 Metronom erlernt. Von daher wird... Okay, ich glaub, meine Pokémon sind irgendwie selbstmordgefährdet oder so. Ich weiß ja nicht. Okay, auf geht's, Todesblock. Rein mit dir. Warum hab ich Todesblock reingesteckt? Der spreng ich bestimmt eh selbst in die Luft. Okay. Okay, wir haben noch zwei Minuten Zeit. Zweieinhalb. Alter, was ist los? Habt ihr alle Schiss? Was ist denn so schlimm an diesem Traumato? Komm, Heinz-O-Man, du packst es wenigstens. Du kannst es. Okay. Fuck, wir haben es gekillt. Gefällt mir nicht. Andererseits, doch, ist eigentlich ganz chillig. Wir gucken einfach mal nach einem Männlichen. Ja, okay. Ja, okay. Aber was haben wir? Wir haben hier schon... Wir sind... Ja, okay. So hat er mal soziert nicht dazu. Komm, suchen wir mal ein männliches Traumato hier. Wir sehen uns gleich mal. Ich suche mal ein männliches. Perfekt. Perfekt. Ah, cool. Mir hat jemand MSN geschrieben. Ich speichere gerade mal hier. Metronom. Steinwurf. Volltreffer. Chilliges Leben. Was ist los? Okay, lass mal gleich hier versuchen zu fangen. Wisst ihr, was ich meine? Mit so einem Pokéball. Okay, Jock. Fuck. Psycho-Attacken sind ja sehr effektiv auf uns. Auf, lass, Superball werfen. Chilliges Leben. Toll, Traumato wurde gefangen. Geil. Okay, für Traumato einen Eintrag eingelegt. Traumato versetzt Gegner in den Schlaf und frisst der Träume. Von Albträumen wird ihm aber übel. Okay. Ich weiß auch schon, wie wir es nennen. Dream Psyche. Yeah. Okay, wir haben jetzt unser fünftes Teammitglied. Unser Dream Psyche alias Traumato Ucuin. Level 39. Ja, genau. Das kann es noch. Ich mach mal hier Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis gleich, Leute. Haut rein. Und ciao.